Durchsuche Raubzugtaschen. Also insgesamt müsst ihr drei Raubzugtaschen durchsuchen. Ihr könnt zum Beispiel hier bei Frenzy Fields landen, genau an dieser Scheune hier. Also hier habt ihr abwechselnd in einer Runde mal zwei Taschen, mal drei. Öffnet einfach hier die Taschen. Insgesamt müsstet ihr drei Taschen öffnen. Wenn ihr wie jetzt in dieser Runde nur zwei Taschen hier antrefft, schnappt euch hier ein Fahrzeug. Fahrt dann zu den neuen Orientierungspunkten hin. Hier bei den neuen Orientierungspunkten könnt ihr weitere Taschen finden. Öffnet da die dritte Tasche und schon habt ihr die Aufgabe erledigt.